Erster Link in der Videobeschreibung, unser Discord-Server. Wir freuen uns auf euch. Verladen wir jetzt hier mit dem Bagger Paletten und so, aber nicht so, wie man das eigentlich macht hier, ne? Palettengabel ist ja klar schon dazu da, um hier Paletten zu verladen und blablabla, aber die hat noch was Special-Sing-Ding drin, boah. Das werden wir jetzt nutzen, außer richtig ausnutzen, wenn wir das. Ich glaube, ihr ahnt es schon. Und ich hoffe, das geht ja, wenn das nicht geht, ich bringe Blackfeel-Boom. Hehehehe, es geht! So, stell mir auf jeden Fall aber erstmal hier den Bagger, stell mir erstmal so hier hin. Lola, jetzt können wir das hier immer so reinlaufen lassen. Ich kann hier den nächsten nehmen. So, und das machen wir jetzt hier die nächsten 10 Folgen. Ich muss mich schon ein bisschen konzentrieren dabei, also ganz so leicht ist das nicht. Jetzt ist auch ein bisschen schade, dass man das nicht weiter anwinkeln kann, ne? Ich glaube, das hat er mit seiner Versicht schon irgendwie so gemacht. Zumindest habe ich so das Gefühl. Da. Da. So, nächster BigPack, das machen wir jetzt hier mit 45 Stück, obwohl, nicht 45, sondern nur, ähm, 44, warte mal, egal, 44, nee, 45, hätte ich eigentlich gerade sagen müssen, egal, habe ich 45? Egal, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde diese Ausladung in der Animation schon interessant. Ihr könnt noch ein Video bei einem BigPack machen, BigPack Tutorial. Ich finde das schon wichtig, dass man hier BigPacks nutzt, wenn sie schon im Spiel vorhanden sind, dann lässt man sie gefälligst auch. Ähm, achso, hier muss ich runter, genau. Ja, ist auch komisch, wie die, äh, hinlaufen, ne? Naja. So, jetzt möchte ich noch eine Geschichte zum Erzählen, ansonsten ist das jetzt hier langweilig als Fakt. Was haben wir denn noch zu tun, dann mache ich das offline. Eigentlich nur Fahrzeuge, nicht, ne? Und auf, äh, warten, dass der Schnee schmilzt. Lässt ihr was helfen. Ja, dann machen wir mal hier Mut raus. Diese ganze Schnee, ach. Ah, Mann. Ähm, naja, bin ich auch saufig Schnee in den Ding drin. Hm. Die Flade hier drin, könnte man wieder, ich noch in den Ding drin. Na ja, wenn ich jetzt nochmal die Autobahn damit überbrücken kann. Immerhin ein kleiner Verdienst. Naja. Na ja. So. Fahren wir den mal hier ums Eck rum. Wird auch immer interessant, wie viel Achsen der hier hat. Weil wie viel, äh, Räder und so und Dinger. Na, genau. So. Ähm, was wird man noch zu tun? Tiere füttern? Ne, ja, bei den Tieren, na, ich hau mal Schnee schauen. Na, wir sagen den Tieren, wie stark sind sie uns am Verrecken. Ach. Geht ja noch. Na, wo die. Hm, die Schafe sind's. Na, wir doch hier den eh näher rumstehen, da den. Ja. Ah, oi, der Schnee fängt dann zu schmilzen. Aber ganz schön. Ah, nee. Ah, so. Da, wo ich gefahren bin, da sind ja hier diese Spuren drin. Und da ist halt, und ja, da ist einer zusammengedrückt. Und quasi weggedrückt und so Dinge, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich meine nicht, okay. Äh, aber ich brauche die. Nein, ich auch Gras, aber... Ach, egal. Da, jetzt ist der Schnee weg. Wie oft Magie. It's magic. Bei mir lang ist der Schnee jetzt gelegen, eigentlich nur ein paar Stunden, ne? Ah. Ja, halt ein paar Spielstunden. Ich muss eh noch auf morgen warten. Bis ich, äh... Ansehen könnte. Von daher. Oh. Ah. So. Warten müssen wir die Maschine auch bald wieder. Wasser geben, oder? Ach, na ja. Oh. Das war ganz stark gießen hier. Wow. Bitte noch so eine lauter, lose Reuspertaste. Weil da hört man jetzt so ein klicken, wenn ich mich müde. Ist ja so eine mechanische, äh... Mute-Taste-Ding, ne? Das fackt gerade schon wieder ab, ne? Können wir das hier vielleicht wieder runterkippen? Naja, können wir das jetzt nicht abkippen? Ne, heh. Ach, Mann, hier kann man das gar nicht abkippen. Wir sind in den Tipping einfach deaktiviert. Großflächig. Der Schnee schmilzt im Fahrzeug. Was zur Hölle? Oh, jetzt ist schwarz. Blink, 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 blink. So, jetzt ist es weg. Ähm, na ja. Übrigens, äh, wenn Leute hier wieder fragen, siehens macht, dass ich hier schlafen kann, ne? So, zwar jetzt wieder ewig, bis ich schlafe, aber egal. Ach, Mann, ich schlafe gleich auch in realer Fahnen hier. Mal gucken, ich glaube, 30 Sekunden braucht das immer, bis wir mal durchgeschlafen haben hier, ne? Laufen auch gerade die Schafe da im Hintergrund schneller, oder? Hey, das Gas fängt sogar anscheinend zu wachsen. Ja, ja, Mann. Na ja, 30 Sekunden haben wir schon durch. Ich habe gerade schon wieder Lust auf GTA. Ja, Mann. Na ja, weil, ähm, das Ding ist, ich habe mir auch schon mal überlegt, glaube ich, zwischenzeitlich die Story, let's play, ne? Weil ich habe da immer so ein Phantom moderieren, ne? Äh, das halt Phantom moderieren, das, ich habe mich eigentlich schon mein ganzes Leben, deshalb kann ich auch hier immer, äh, aufnehmen und so. Deshalb bin ich ein Natur-Talent, äh, ein Naturtalent am Let's Player. Ja, ne, immer. Quasi, Phantom moderieren, oder Phantom moderieren, äh, es ist ja eigentlich, ähm, das ist quasi, wenn ich, das, was ich hier die ganze Zeit mache, die ganze Zeit hier zu reden und so, ähm, wenn ich das quasi in meinem Kopf die ganze Zeit mache, während ich was spiele. Ne? Sag mal, der Ding lädt jetzt schon in so einer Minute, oder? Kann ich auch gleich normal die Zeit verspulen. Geht schneller. Ah, jetzt haben wir's. 20 Tiere sind gestorben. Na, mal hin. Warte mal, ich hätte vielleicht zuerst die abladen sollen. Ja, ja, das wäre, glaube ich, klug gewesen, ne? Und was haben wir so hoch, kein, ach, du Scheiße. Schweine sind auch über dem Fahrrecken, oder mit Fahrrecken beschäftigt. Kühe auch, ach, kann ich, kann ich bitte die Tiere einfach nur vergessen? Ähm, ich bin gerade anberinglich von dir. Timini? Tauert schon eine Weile, ne? Ah, dann mal, wann ist denn... ich muss sie jetzt alle verkaufen, jetzt ist der beste Preis für, ne? Ich will, ich will keine Tiere mehr haben, ne? Ich darf, ich bitte keine Tiere mehr haben. Komm, in den nächsten drei Minuten sehen wir jetzt hier zu, wie wir die ganzen Tiere loswerden. Können wir die nicht einfach alle anzünden und dann gibt's gebratene, äh, Dings hier? Puh. Oh, man. Die ganze Wolle werde ich dann auch, äh, verkaufen, wieder, weil, die Wolle, also, die Wolle, die bringt von den Schafen am meisten Geld, verkaufen wohnst ich eigentlich von denen gar nicht. Könnt man auch warten, müssen wir alle verrecken. N'egal. Die 50.000, hat er 60.000, oder was auch immer. Ich glaube, wir kommen die nämlich noch mit. Jetzt hier die Gebühr, die zahle ich halt. Mach sowieso plus damit dann. So, 90.000, 75.000. Passt. Das Problem ist weg. Vor allem, ich hab schon, ich hab schon sehr viele Ausrüstung für Tiere, die können die Dauerhalle verkaufen. Oh. Slots, ich rieche hier Slots. Hier, das Ding brauch ich ja auch nicht mehr. Hier, das hat, ich glaub, ich glaub, die behalte ich. Ich behalte die, glaub ich, einfach nur aus Prinzip, ne? Die, mal gucken, nehm ich den gleich noch mit, oder irgendwie, oder? Mal sehen. Schaf werde ich ja eigentlich nicht verkaufen müssen, wenn ich das Schwein oder so. Weil sie fucken halt langsam ab, die Tiere, ich hab keine Lust mehr. Komm, jetzt mach ich hier, Oldschool Landwirtschaft, so wie ich's damals im 15er und so gemacht hab. da zieh ich jetzt durch. Können wir uns schon ein Windrad leisten. Jetzt hab ich keine Lust mehr. jetzt eskaliere ich. Jetzt hab ich keine Lust mehr auf die Scheiße. Hier, Windrad. Jetzt, jetzt eskaliert's. Erste wird noch schick platziert, die nächsten kommen alle an die Wand. Seasons wird auch in der nächsten Folge rausgenommen. Jetzt eskaliere ich. Puh. Ich wollte eigentlich noch, äh, bis Folge 100, wenn ich es jetzt ja anspielen, aber ich hab keine Lust mehr. Leute, ab sofort wird LS nicht mehr realistisch gespielt. Ab sofort wird eskaliert. Okay, ne. Ab sofort wird eskaliert. Okay, nein. Das ist so wieder. Ähm. Hocken wir meinen Jaragier, das Ding braucht keine Sau mehr. Okay, die Zäune hier, die brauche ich noch. Ähm, hier, die Dinger, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, furchtig, ja, das wird man auch noch. Wollen wir auch noch hier die Wechselkampf. Ähm. Das brauche ich denn nicht mehr. Hier die Wasserfässer, die. Scheiß drauf, weg damit. Slots für mich, yeah. Kann ich alles schön in Windräder stecken. Windräder, genau. Faustwirtschaft, weg, ne, die Faustwirtschaft, weil mir die Dinger behalten auch noch, bringen eben nur noch 300 und, ach, so schön viele Motorstunden drauf. Warte mal, wieso hat der noch 250? Ne? Egal. Ähm. Die Karre weg damit. Das hier ist Sprit, ne? Ne, ist gelungen, scheiße. Die könnten wir eigentlich mal so einen Stream verkaufen. Ähm. Das hier. Boah, was für was war denn das? Was hier nochmal? Achso, ja, das war für den, okay. Bleibt mal auch nochmal. Ähm. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. mesela. Bis zum nächsten Mal.